Dieser neue Ford Kuga ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue SUV ist 5 Thürich und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV verfügt über ein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Das 6-Gang-Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 179 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 5,4 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis